Wir von RWE sind europaweit der drittgrößte Stromerzeuger aus Solar- und Windenergie. Allein in Deutschland verfügen unsere Onshore-Windparks über eine Leistung von 600 Megawatt. Bereits seit mehr als 25 Jahren planen, bauen und betreiben wir Windenergieanlagen. Mit dieser Erfahrung sind wir ein starker und verlässlicher Partner für Landwirte und Forstbesitzer. Verfügen Sie über geeignete Flächen für Windenergieanlagen? Und wollen Sie sich und Ihrer Familie eine neue Einnahmequelle schaffen? Dann werden Sie Teil der Energiewende. Hier erklären wir in rund zwei Minuten, wie ein Windpark entsteht. Los geht's! Schritt 1 Standortanalyse Die erste Frage, die wir klären, dürfen an dieser Stelle Windräder überhaupt gebaut werden? Da hilft ein Blick in die Regional- und Bauleitpläne. Dort legen nämlich Bundesländer und Kommunen geeignete Flächen fest. Ist das der Fall, dann prüfen unsere Planer die Windverhältnisse vor Ort. Gut zu wissen, auch Standorte mit schwächerem Potenzial können effizient genutzt werden. Denn moderne Windturbinen sind mittlerweile an alle denkbaren Standorte und Windverhältnisse angepasst. Schritt 2 Genehmigung und Planung Mögliche Auswirkungen auf Mensch und Natur werden genauestens geprüft. Erst dann bekommt ein Windpark eine Baugenehmigung. Fachleute erstellen dazu Emissions- und Naturschutzgutachten. So werden zwei Dinge sichergestellt. Anwohner werden nicht durch Schall oder Schattenwurf belästigt. Heimische Tiere werden nicht gestört. Außerdem schaffen wir Ausgleich für den Eingriff in die Natur und das Landschaftsbild. Nur ein Beispiel, wir fördern die Aufforstung und den ökologischen Waldumbau. Schritt 3 Bau und Betrieb Fundament, Turm, Maschinenhaus und Rotorblätter. Der Bau eines Windparks dauert durchschnittlich drei bis sechs Monate. Wir planen und betreuen die kompletten Bauarbeiten. Außerdem kümmern sich unsere Ingenieure darum, dass die Windräder ans Stromnetz angeschlossen werden. Durch den Bau wird der landwirtschaftliche Betrieb in der Regel nicht gestört. Falls doch, kommen wir für Ernteeinbußen auf. 20 Jahre und mehr erzeugt der Windpakt an grünen Strom. So bringen wir die Energiewende gemeinsam voran. Haben Sie noch Fragen? Dann rufen Sie uns gerne an unter 0511 288 32 22 oder schreiben Sie uns eine E-Mail windinfo at rwe.com Weitere Infos auch auf www.rwe.com slash windflächen Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Wir freuen uns auf unsere Kontaktaufnahme. Vielen Dank.